Spargel, der kommt nämlich dann auch noch mal raus. Meine Lieben, dann hole ich alles jetzt raus. Das Fleisch, da habe ich jetzt leider nur eine Metallkelle. Ich weiß jetzt nicht, wo die Stranger waren, aber waren die Stranger gerade bei euch? Ja. Hast du gerade gesagt, du hast deine Frau mariniert? Ja, ich bin lecker. Schweres Vieh. Lecker, lecker. Lecker. Lippe Leif? Ja, bei eineinhalb Kilo hat das Filet natürlich ein bisschen ausgesaftet. Gar nicht mal so verkehrt. Und ihr wart gerade im Leifchen? Der war im Leifchen. Der ist Beckerl ist da und Beckerl ist auch da. Wir haben schon gedacht, habe ich vermissen. Der ist schuld. Ja, im Hintergrund Livestream, da muss man halt mal reinschreien. Ist mir wurscht. So, und dann holen wir das nächste, den Spargel. So, dann donnern wir hier jetzt den kompletten Spargel rein. Dann darf der auch mal ordentlich anschmoren, anschmurgeln. Genügend Saft ist noch drin. Zur Not kann ich da hinten noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu tun. Bisschen Platz beschränkt hier heute. So, ich hätte fast den Becken vergessen. Ohne Worte. Den tun wir hier jetzt einfach noch mit reinmischen. Er war doch gestern selbst mit drin. Er war doch gestern selbst mit drin. Dass der noch ein bisschen mit angeschmort wird. Ganz schöne Zimmer waren. Ja, hätte eigentlich mit gleich zu dem Fleisch rein gehört, aber geht so genauso. Gucken. Hier jetzt noch ein klitzekleiner Umbau, weil, ja, die Kohlen sind schon fast wieder ausgegangen unter dem Topf. Einfach mal das Kreuz unten drunter. Dann schauen wir, dass das hier so halbwegs gerade drauf steht. Funktioniert sehr gut. Ja, und jetzt sollte die Luft definitiv besser zirkulieren. Ja, und wieder ordentlich Dampf unter den Kessel kommen. Das hier mal was vorwärts geht. Ja, man merkt, ich habe schon lange nichts mehr mit Kohlen gemacht am Topf. Deswegen der Anfängerfehler wieder mal gemacht. Zu viel Kohlen unten drunter, keine Luftzirkulation und ja. Naja, aber man weiß sich ja zu helfen. Und schon fängt es richtig schön zum Krodeln an. So meine Lieben, Spargel habe ich raus, steht da hinten. Jetzt kommt die letzte Zutat oder die vorletzte sozusagen rein. Die Zwiebeln, die tun wir jetzt auch einmal schön andünsten. Und ja, dann kommt alles wieder zusammen in den Topf rein. Hier kann ich eventuell schon ein bisschen Brühe mit dazu kippen. Flüssigkeit ist mittlerweile weniger geworden. Ja, so machen wir das. Irgendwie habe ich heute wieder wirklich das Hitzeproblem. Aber so langsam löst sich das alles. Eventuell, dass wir nachher gleich nochmal einen Satz Kohlen anfeuern. nochmal unten drunter. Weil die Hitze ist definitiv zu wenig. Ja Michi, was machst du? Gemüse? Gemüse oder? Nur Gemüse. Ey, wie geil. Ist nur für dich. Nur für dich. Ich stehe ja auch richtig darauf. So. Finger weg. Nein. Spargelspitzen. Sven, der klaut mir hier immer meine Spargelspitzen. Ja. Ja, jetzt ist soweit. Bisschen Kohlen noch unten drunter geschmissen. Dann hauen wir auch die restliche Brühe mit rein. Das komplette Filet kommt wieder mit rein. Und jetzt holen wir einen Kochlöffel. Ein bisschen Wasser hole ich noch. Jo, das reicht definitiv. Und dann lassen wir das jetzt einfach noch ein bisschen voll sich hinbrodeln. Bevor wir dann die Bionese mit reinhauen. Und dann darfst du ja sowieso noch mal eine Viertel, halbe Stunde mitziehen. Und dann darfst du ja mal die Daube noch mal anpassen. So. 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 Aber lecker schmecken tut es mit der auch. Das ganze lassen wir jetzt offen noch ein paar Minuten ziehen und dann ist es gut. Ich hole mir aber jetzt erstmal einen Löffel zum probieren. Im Hintergrund zwergeln René und Carina. Die haben beide Mikros oben, mal im Livestream. Hallo! Passt. Mach ich gar nichts mehr. Einwandfrei, wie gesagt noch ein bisschen ziehen lassen und dann können wir essen. Ich sag sie gerade, Essen fertig, einfach nehmen. Svenja die Erste. Jawohl! Und alle stehen sie schon in der Reihe. Moment! 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 Ah, Micha, das sieht schon mal sehr gut aus. Ich hab meins schon am Tisch stehen. Ich geh jetzt hinter zum Essen und lass hier einfach schnell noch die Cam ein bisschen mitlaufen. Wer möchte, kann vor der Cam probieren und reinsprechen. Ja, komm dran hier! Komm, komm ran hier! Na klar! Hey! Hey! Alles gut? Alles! Ich habe das nicht mehr. Ich habe die Beine, die wir mal stehen. Das ist so schön. Aber die Feinde. Das ist eine schöne Formation. Machst du die Beine? Ja. Ohhhh. Fisch? Sehr lecker. Sehr lecker. Freunde. Hier habe ich jetzt das Gericht von der Feuerplatte. Das sind die Weinblätter. Oder Carina. Kannst du mal ganz kurz klären? Das sind Feta und Weinblätter. Die Feta wurde von der Brüder. Das ist ein Brüder. Ja. So, dann wollen wir hier nochmal bei Micha probieren. Aufnahme läuft. Dann probiere ich hier nochmal bei Micha auf der Cam. Boah. Fleisch. Filet schön zart. Gut gewürzt. Und einmal eine Gabel mit allem. Fleisch, Spargel, Zwiebeln, Soße. Der Micha sagte mit Brot dazu. Geile Nummer. Micha, das muss ich unbedingt mal machen. Mittlerweile sind sie hier alle beim Ausruhen. Da hinten gammelt man auch schön rum. Hat die Füße am Tisch. Das macht man eigentlich nicht. Aber heute ist eine Ausnahme. Da die nächste. Unglaublich. Mein Filetopf ist fast komplett weggegangen. Ja, waren alles ja wohl aus Probiererle. Anstandsrest. Alles klar. Ja, und hier ist die Quasselrunde. Das Ganze könnt ihr hinterher ja noch auf 10 Blogger einen Ort auf dem Kanal angucken. Was da so alles abgegangen ist hier. So, jetzt muss ich mich auch mal wieder melden. Ich habe hier auf der Bank ein schönes Nickerchen gemacht. Ich weiß nicht, in wieviel Videos ich da auftauchen werde. Aber da hinten ist der Gerrit und der Bernd an der Feuerplatte. Und machen schon wieder was zum Essen. Anderthalb Stunden hat er gepennt. Anderthalb Stunden. Zu wenig. Eindeutig zu wenig. Naja, auf alle Fälle viel zu viel zum Essen heute. Viel zu viel, Leute. Da hinten steht immer noch so viel. Wahnsinn. Aber es muss nicht sein. So, so. Da muss er einen fotografieren. So, Leute. Also ich finde, das schaut schon gut. Aussehen tut es ja gut. Viertelstunde müssen wir jetzt noch warten. So. Oh mein Gott. Und noch mehr zum Essen. Ein Seppel lambiert hier die Burger und sagt kein Wort. Ich sage hier auch Essen. Ich nehme jetzt doch einen Ganzen, gell? Ich habe wieder Hunger. Eikon ist noch verbrannt. Flammierst du noch mal? So. Nochmal für die Blogger. Warte, stopp. Warte, stopp. Na, mach dann. Da denke ich dann auch. Also der ist dann getränkt. Das kann auch sein, dass der untere Band ein bisschen getränkt ist. Warte. Und jetzt? Juhu. So. Also den Burger müsst ihr nachher dann auch ein bisschen süßig essen jetzt. Und dann kommt die Dickel drauf. Also mittlerweile habe ich wieder schön Hunger. Bild ist weg. Bild ist weg. Da haben wir die Burger fertig. Und da hole ich mir jetzt einen. Und das ist gut. Viel zu wenig Futter-Szenen von mir in dem Video wahrscheinlich wieder. Aber jetzt haben wir mal wieder eine. Und der Stefan natürlich auch. Natürlich. Mhm. Diese Portion Ochsenbäckchen habe ich gerade im Livestream verweigert. Ich kann nichts mehr essen, Leute. Aber ich werde diese Portion jetzt trotz Verweigerung des Grill-Junkies noch mal genießen. Lass es dir schmecken. Zweite. Mhm. Also wirklich. Gepult von feinsten Zwiebeln. Ein geiles Salsa. Stehe ich voll drauf. Hätte lecker. Koriander nicht jedermanns Sache. Ich mag es. Ich warte immer noch auf deine Ananas. Meine Ananas kommt, wenn es ein bisschen dunkler wird. Ja. Und da schlage ich wieder zu. Mhm. Gibt es noch lecker Eis dazu? Und diesmal mache ich da noch mehr mit Schokoraspeln was. Du kennst halt... Yummy. Äh, Leute, jetzt ist das Licht hier leider auch schon relativ verschwunden. Aber ich mamf hier jetzt noch, ähm, das vom Stefan, das Sahne-Chicken-Hau-Mich-Tot. Da wird er mit Sicherheit auch selber ein Video rausbringen. Und ich sag's euch. Wollen wir denn noch ein Tisch beistehen? Mh. Lecker. Allein schon das Sößle. Richtig, richtig geil. Jo. Nachher gibt es ja noch Gulasch von R&K BBQ. Und noch die Ananas von Gerrit. Oh, da fängt der Gerrit an, die Ananas zu schlachten. Machst du Ananas? Jawollo. Leider schon mit dem oft erprobten Ananas-Messer, was jetzt irgendwie durch den Plattenschnitt nicht mehr ganz so geil ist. Hei, 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 hei. Das 5-Euro-Messer aus Thailand. T-Heiland. T-Heiland. Naja, ich gucke wieder später rein, wenn er's flambiert. Ich glaub, ähm, da hinten machen sie direkt für Gerrit seinen Kanal auch noch ein Video, wo ihr das dann mit der Ananas ganz genau angucken könnt. Du, Gerrit, 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 das nächste Mal mehr Ananas machen. Der Bromelienbomber, das ist ein brauner Rohrzucker, der Mera mit Vanille, Zimt, Cayenne, Piment, Cabanero. Ich hab' ein bisschen Angst bei der Platte, weil da hinten ja dieser ... Ja, genau. Ich hab' ein bisschen Angst bei der Platte, weil da hinten ja dieser ... Ja, aber ... So, Marc, willst du ein Feier machen, oder? Nee, da kann ich auch mal, ne? Dein Licht aus. Deines. Licht aus. Guten Morgen. Ehrfunk da oben. Einfach nach unten, halt. Licht aus. Action. Action! Tja, jetzt habt ihr eure flambierte Ananas. Gerrit hat die Ananas gemacht. Ja. Tja, die Ananas kommt jetzt noch in Schälchen mit Eis. Mama auch? Ja, doch. Und dann wird sie dritt. Und dann probiere ich für euch nochmal. Okay, dann nehme ich die voll zurück. Nein, 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 nein. So, bitteschön, Lukas. Ja. Yummy. Yummy, yummy. So, ein Portionchen im Kerzenlicht. Und das haue ich mir jetzt ins Gesicht. Ich hab doch schon. Ich hab doch schon. Ich hab doch gesagt nochmal. Jo, flambierte Ananas. Stundenlang, tagelang auf der Feuerplatte gelegen. Ein Kampf, das Ding mit Eis auf den Löffel zu kriegen. Und yummy. Das Eis ist aber lecker. Gerrit schmeckt super lecker. Gerrit, da muss ich Rene recht geben, das Eis habt ihr richtig gut gemacht. Ja, und die Ananas auch. Ja, lecker. Damit beschließe ich den heutigen Abend. Aber ich denke, morgen sehen wir uns dann hier noch einmal. Morgen gibt's dann auch unseren Gulasch. Morgen erst? Morgen erst. Okay, auch gut. Aber der ist fertig und wir haben schon gekostet. Leute, lecker. Okay. Oder willst du noch was haben? Nein. Machen wir morgen. Machen wir morgen. Alles klar. Ho, hey, ho, hey, ho. Sonntag, letzter Day. Oder Vierteltag oder Halbertag, je nachdem. Ich kann's euch sagen, das Hotel, die Pension, war's für mich, glaube ich, nicht einmal wert, die Cam in die Hand zu nehmen. Ein katastrophales Loch. Mehr sag ich dazu nicht. Wo ich da war, sag ich jetzt auch nicht. Nein, 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 nein. Nie wieder da rein. Geh ich mal davon aus. Und jetzt schauen wir noch mal zum Torsti rein. Da gibt's heute noch mal was zum Mampfen. Hat's geheißen. Moin, Kinder. Moin. Moin. Da hocken sie alle schon rum und trinken meinen Kaffee. Unglaublich, unglaublich. Tja, okay. Schön Kaffee trinken, frühstücken. Gulasch essen. Ja, sag ich doch, frühstücken. Ja, und schauen wir weiter, ob ich noch ein bisschen was aufnehme heute. Tja, und zum Frühstück gibt's jetzt lecker Gulasch mit Spätzle von R&K BBQ. Hast du für mich gegessen? Für mich? Für mich? Lecker. Lecker, 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 lecker. Hallo. Ja. Hey, Bernd. Hallo. Du hast sie doch normale. Wieso? Es muss doch wegkommen. Nein. Es muss doch gegessen werden. Nein. Viele Cheesesteaks leider zum Frühstück. Oh. Gibt doch nichts besseres. Es mag sein, außer mal ist es noch voll gefressen. Voll gegessen bist du noch? Ja, volles Programm. Du hast gestern gar nichts gegessen. Ach, hör auf. Viel zu viel. So. Und was ist das genau? Das sind Philly Cheesesteak Slider, die es gestern ja schon gab. Okay. Und quasi hatte ich zwei Portionen gemacht. Ja. Wir haben eine fürs Frühstück gemacht und eine für gestern. Bei mir geht gar nichts mehr. Keine Chance. So. Auch wenn sie wirklich lecker aussehen. Tja. Irgendwann ist einfach Feierabend. Da geht wirklich nichts mehr. Haben sie dich in deinen Abgang gebremst? Ja, total. Unglaublich. Ja, hier wird jetzt alles abgebaut. Der erste ist verschwunden. Da hinten werden auch noch die letzten Fotos gemacht. Ja. So langsam löst sich hier alles auf. Ja. Noch die letzten Aufnahmen. Ja. Die meisten haben ja auch noch ein Stück zu fahren. Hilft alles nichts. Hallo. Haben wir jetzt alle Tschüss gesagt. War schön euch wiederzusehen. Komm her. All meine. Ja. Hat uns auch gefällt. Ja. War schönes Wochenende. Viel Spaß gemacht. Viel gelacht. War super. Definitiv. Wir sehen uns. Hoffentlich mal wieder. Hulda. Hulda spätestens. Ja. Und gute Heimfahrt euch. Ja. Ich würde mal sagen. Das war's dann so langsam. Nachher vielleicht noch. Wenn wir dann endgültig gehen auch noch ein Winke Winke. Und das war's dann halt. Zu Hause gibt's dann bei mir noch mindestens ein oder zwei Szenen. Ja. Da hinten sitzt jetzt noch der letzte Rest. Und wir verdrücken uns jetzt auch. Und wie gesagt. Bei mir noch mal kurz. Und dann war's das mit dem Video. So Freunde. Ich bin wieder zu Hause. Haben wir gerade noch Brotzeit-Sammeln geholt. Für morgen. Für die Arbeit. Der Stefan. Äh. Moment. Probiert hier seine Käsesame Amarena Eiskirsch-Torte zu essen. Hast du denn schon mal dran gelutscht? Ich hab schon mal dran gelutscht. Mh. Erfrischend. Ja. Noch ist er etwas gefroren. Aber ich denke, die taut die nächsten 15-20 Minuten schon so weit auf, dass du weiter lutschen kannst. Ja. Jo. So. Es war ein fantastisches Wochenende. Ich hab natürlich auch schon Cappuccino hier stehen. Prosit. Richtig geil. Wieder viele Leute gesehen. Äh. Auch neue Leute kennengelernt. Besonders hat's mich natürlich gefreut, dass... Leute dabei waren, die meinen Kanal schon sehr lange abonniert haben. Ich fand's einfach klasse, dass ihr da wart. Und äh. Und äh. 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 Auch da hinten meine Pizzabox. Genial gut. Und ja. Schauen wir mal, was die nächste Woche jetzt so bringt. Naja. Eigentlich muss ich erst wieder ein bisschen abspecken, bevor ich mal was Großes zum Essen machen kann. Aber das ist momentan katastrophal mein Bauch. Gut. Das war's jetzt aber. Wie gesagt, es war ein absolut geniales Wochenende. Ich werd jetzt so nach und nach meine Videos fertig bringen, dass ich auch dieses raus bringe. Und schaut's auf alle Fälle noch bei sämtlichen Kanälen vorbei. Ähm. Der eine oder andere hat definitiv ein Video dazu gemacht, von seinem Essen, vom kompletten Treffen. Schaut's rein. Ich hau unten noch die Linkliste rein, wer alles dabei war. Also dann. Tschauikowski. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bye.